Unter der Bezeichnung Tierwirtin sammeln sich die Ausbildungen für die Rinderhaltung, Schweinehaltung, Geflügelhaltung, Schäferei und Imkerei. Vor der Ausbildung ist ein Berufsgrundbildungsjahr abzuleisten. Das zweite und dritte Ausbildungsjahr verbringen die Lehrlinge nach bestandenem BGJ auf Vollerwerb-Landwirtschaftsbetrieben. Die Ausbildung endet mit einer Abschlussprüfung, die staatlich anerkannt ist. Der Tierwirt zählt zu den sogenannten grünen Berufen. Die Ausbildung zum Sortierwirtin erfolgt durch eine duale Ausbildung d.h. Man lernt parallel in der Berufsschule das Theoretische und in dem Ausbildungsbetrieb das Praktische. Die Meisterprüfung ist nach wie vor Grundvoraussetzung für die Ausbildereignung. Die ausbildenden Betriebe müssen als Ausbildungsbetriebe anerkannt sein. Rinderhaltung, Schweinehaltung, Geflügelhaltung, Schäferei, Imkerei. Für angehende Imkergesellen findet der Berufsschulunterricht nicht wöchentlich, sondern in einem 10-wöchigen Block statt, der von Anfang Januar bis Mitte März dauert und für alle Imker-Auszubildenden bundesweit am LAVRS-Institut für Bienenkunde Zelle stattfindet. Lernt der Auszubildende drei Jahre, so besucht er im ersten Lehrjahr die Berufsschule in dem Ort, an dem der Ausbildungsbetrieb ist. Im zweiten und dritten Jahr den Blockunterricht in Zelle, erste die Ausbildung auf zwei Jahre verkürzt, so muss in beiden Jahren die Berufsschule in Zelle besucht werden. Berufsübergreifende Ausbildungsinhalte. Folgende Gebiete werden in allen Fachrichtungen vermittelt. Arbeits- und Tarifrecht, Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, ökologische Zusammenhänge, Nachhaltigkeit und Verbraucherschutz, betriebliche Abläufe und Organisation, wirtschaftliche Zusammenhänge, Plan, Kontrollieren und Abwickeln von Geschäftsvorgängen, Kommunikation und Information, Maschinen, Geräte und Betriebseinrichtungen, Tierschutz, Tierproduktion, Tierzucht, Tierhaltung, Fütterung, Tiergesundheit und Tierhygiene, Nutzung von Tieren und die Gewinnung spezifischer Produkte, berufsbezogene Ausbildungsinhalte, Rinderhaltung, Kälber- und Jungendaufzucht, Rinderhaltung, Reproduktion, Produktion von Milch, Zucht und Schlachttieren, Weidewirtschaft, Futtergewinnung, Schweinehaltung, Reproduktion, Sauenhaltung, Ferkelaufzucht und Schweinemast, Vermarktung, Technische Systeme der Schweinehaltung, Verwertung und Entsorgung von Rückständen, Geflügelhaltung, Haltung und Herdenmanagement, Fütterung, Produktgewinnung, Vermehrung, Brutverwertung und Entsorgung von Rückständen, Schäferei, Schafhaltung, Ablämmung und Aufzucht, Produktion von Wolle, Milch und Fleisch, Hütetechnik, Weidewirtschaft, Futtergewinnung, Naturschutz und Landschaftspflege, Imkerei.